Hallo und herzlich willkommen, mein liebes Mitgemüse. Heute haben wir schon das 22. Türchen und ich melde mich hier mal aus dem Off. Das heißt, ihr seht mich halt nicht. Müsst ihr jetzt auch nicht jedes Mal, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Und ja, zum 22. Türchen mache ich heute eine Ankündigung. Das heißt, es wird auch nicht besonders lang, relativ kurz. Aber es ist soweit, das Update ist ja draußen für The Witcher 3, das Next-Gen-Update. Und ich bin schon dabei, das Let's Play für The Witcher 3 aufzunehmen. Dass das natürlich ein bisschen zeitintensiver ist, könnt ihr euch ja wohl vorstellen, weil das halt kein kleines Game ist. The Witcher 2 war auch zeitintensiv, aber schneller Hand zu haben wie The Witcher 3. Und ich habe es zwar schon mehrmals durch, aber das alles aufzunehmen, funktioniert bei mir halt auch nur auf die Oldschool-Art und Weise, damit ich für YouTube das beste Bild herausbekomme. Die erste Folge könnt ihr euch auch in 4K anschauen. Allerdings habe ich die nächsten Folgen nicht in 4K, weil ich brauche einfach so zwei Stunden pro Video, um es hochzuladen. Das ist kein Zustand. Das ist einfach kein Zustand. Es braucht einfach unglaublich lange, um zu rendern und dann noch hochzuladen. Und dann werde ich nächstes Jahr noch nicht mal fertig. Genau. Deswegen sind die anderen Folgen halt ganz normal in hier normaler YouTube-Auflösung halt so hoch wie geht. Ich glaube, HD ist das schon, aber das war es dann halt auch schon. Während die erste Folge von meinem Let's Play halt in 4K anzusehen ist. Ja, damit ihr halt auch mal von dem Next-Gen-Update wirklich gucken könnt, wie geil das ausschaut. Natürlich ist auf der Konsole die Bilder sind noch mal ein bisschen besser und die Auflösung ist schöner. Es läuft noch flüssiger. Es ist halt alles noch mal anders, als wenn es aufgenommen wird. Aber ich glaube, ihr solltet schon ein gutes Bild davon haben, wie The Witcher 3 jetzt nach dem Update aussieht. Und dem Spiel Spaß tut es natürlich auch an sich nichts. Und wenn ihr dem Let's Play zuschaut, natürlich dem Inhalt auch nichts. Ansonsten habe ich auch ein paar weitere Ideen für nächstes Jahr. Also es wird auch ein bisschen mehr Witcher-lastiger. Ich darf halt auch schon auf gewissen Lab-Cons drehen. Das wird auch ganz witzig. Mal gucken, was dabei rumkommt. Versprechen kann ich noch nichts. Aber ich denke schon dran und habe schon so ein paar kreative Ideen, was noch kommen wird, was kommen kann. Aber tatsächlich wird in der ersten Januar-Woche kein Video kommen, außer Witcher 3 Let's Play. Danach wird sich das wieder einpendeln. Aber ich gönne mir halt die kurze Auszeit mal, um ein bisschen Witcher 3 zu zocken, um dann halt Mitte Januar wieder mit Videos und allem durchzustarten. So ist jetzt erstmal der Plan. Das heißt, am 1. Januar wird kein Video kommen. Und da drauf wahrscheinlich wieder eins. Kann aber auch sein, dass das sich verschiebt. Aber ansonsten kommt jeden Sonntag gegen 17 Uhr ein Video raus. Manchmal auch ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Aber halt im Januar ist erstmal ein bisschen Pause angesagt, bis Mitte Januar. Das Witcher 3 Let's Play lade ich aber trotzdem jetzt Stück für Stück hoch. Die erste Folge müsste jetzt schon am 25.12. rauskommen. Die könnt ihr euch dann ansehen. Und dann wird jeden Tag so ein bisschen Witcher kommen. Also Witcher 3 Let's Play kommen, genau. Dann lasst mir doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, was ihr noch sehen wollt auf diesem Kanal. Ideen. Ich bin für Ideen immer offen. Aber ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald.